Hallo zusammen zu dem zweiten Teil von den GTA 5 Mythen. Beim ersten Video habe ich ja passend zum Kanal versucht ein bisschen gruselige oder kranke Mythen vorzustellen. Diesmal werde ich normale Mythen zeigen. Mythos Nummer 1. Kann man Leuten den Mittelfinger zeigen und sogar dadurch von der Polizei verfolgt werden? Ja man kann den Mittelfinger zeigen und ja man bekommt dadurch wirklich einen Stern und wird von der Polizei gejagt. Mythos Nummer 2. Verursacht der Motorradhelm wirklich weniger Schaden bei einem Unfall oder dient er nur zu Dekozwecken? Leider ist dieser Mythos falsch. Ein Helm dämpft leider keinen Schaden ab. Mythos Nummer 3. Wenn man sich in einen Krankenwagen setzt, heilt man sich angeblich automatisch. Dieser Mythos stimmt. Man braucht nur in einen Krankenwagen einsteigen und erhält Leben. Mythos Nummer 4. Gibt es ein riesiges Seeungeheuerskelett im Meer? Ja auch das gibt es. Das Skelett soll wahrscheinlich eine Anspielung auf das Monster von Loch Ness sein. Mythos Nummer 5. Kann man sich vor der Polizei einfach in einem Gebüsch verstecken? Ja man braucht sich nur in einen Gebüsch setzen, abwarten und irgendwann hört die Polizei auf nach dir zu suchen? Mythos Nummer 6. Kann Trevor mit Hilfe seiner Spezialfähigkeit einen Sturz aus sehr sehr großer Höhe überleben? Mythos Nummer 4. Kann Trevor mit Hilfe seiner Spezialfähigkeit einen Sturz aus sehr sehr großer Höhe überleben? Mythos Nummer 6. Kann Trevor mit Hilfe seiner Spezialfähigkeit einen Sturz aus sehr sehr großer Höhe überleben? Oh ja, es ist fucking Trevor, er kann alles. Mythos Nummer 7, kann Franklin mit Hilfe seiner Spezialfähigkeit in einem Auto aus großer Höhe fallend überleben? Nein, kann er leider nicht, er stirbt trotzdem, dieser Mythos ist falsch. Mythos Nummer 8, wirbt GTA 5. Für Dead Island? Ja, wirklich, es gibt ein entsprechendes Werbeplakat im Spiel. Na dann, auf zu den Zombies. Das war's auch schon mit dieser Folge. Ihr könnt diese Mythen alle gerne mal selbst ausprobieren, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Im Outro und in der Infobox findet ihr noch die direkte Verlinkung zum GTA 5 Mythen Video Teil 1 und zum GTA San Andreas Mythen Video. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Mythen kennt, dann schreibt die in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020